Finale gegen Tigris FC Bayern will Barca-Rekord einstellen. 5 Profis von 2013 noch im Kader der FC Bayern München will bei der Klub-WM in Katar am Donnerstag, 19 Uhr, mit dem Titelgewinn seine Trophäen-Sammlung vervollstände. Im Endspiel gegen Tigris Ur aus Mexiko könnte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick damit den 6. Pokal innerhalb eines Jahres holen. Das schaffte bislang nur der FC Barcelona in 2000 Mitarbeiter. H. Flick Alter, 55 FC Bayern München alle Saisons, alle Wettbewerbe spielen 69 gewonnen 58 umentschieden 6 verloren 5 2013 waren die Münchner als Trippelsieger zuletzt bei der Klub-WM-Sieg. Den Pokal streckte Pep Guardiola nach dem 2 zu 0 gegen Raja Casablanca in die Höhe, das Trippel ging allerdings auf das Konto von Jupp. Damals wie heute zählten Thomas Müller, 31, David Alaba, 28, Jerome Boateng, 32, Javi Martinez, 32, und Manuel Neuer, 34, zum Kader des Rekordmeisters. Die 18 weiteren Profis, mit denen die Bayern damals den Titel holten, haben ihre Karriere entweder beendet oder spielen für Vereine wie Greuther Fürth, KFC Uerdingen, Tottenham Hotspur oder den FC. Mit diesem Team holte der FC Bayern die Klub-WM 2013 Pep Guardiola, Manchester City, und Kopi Imago Images Amtsantritt 1.7.2013, Spiele, 56 Punkte pro Spiel, 2,4614. 24 Dante, Ugi Zenitza, und Kopi Getty Images 2.24 Philippa, Kajireinde, und Kopi Getty Images 3.24 Jadan Shaqiri, FC Liverpool, und Kopi Getty Images 4.24 Tony Kroos, Real Madrid, und Kopi Getty Images 5.24 Mario Mandjukic, AC Milan, und Kopi Getty Images 6.24 Mario Götze, Beswein Tugin, und Kopi Getty Images 7.24 Daniel van Beuten, Kajireinde, und Kopi Getty Images 8.24 Jan Kirchhoff, KFC Uerdingen 05, und Kopi Getty Images 9.24 Rafinha, Vereinslos, und Kopi Imago Images 10.24 Thiago, FC Liverpool, und Kopi Imago Images 11.24 Mitchell Weiser, Bayer Leverkusen, und Kopi Imago Images 12.24 Claudio Pizarro, Kajireinde, und Kopi Imago Images 13.24 Pierre Emil Hölberg, Tottenham, und Kopi Getty Images 14.24 David Alaba, FC Bayern, und Kopi Getty Images 15.24 Frank Ribéry, AC Fiorentina, und Kopi Imago Images 16.24 Thomas Müller, FC Bayern, und Kopi Imago Images 17.24 Diego Contento, SV Sandhausen, und Kopi Imago Images 18.24 Jerome Mutting, FC Bayern, und Kopi Getty Images 19.24 Julian Green, Breuter Fürth, und Kopi Imago Images 20.24 Javi Martinez, FC Bayern, und Kopi Getty Images 21.24 Manuel Neuer, FC Bayern, und Kopi 22.24 Tom Starke, Kajireinde, und Kopi Getty Images 23.24 Lucas Reda, VfB Lübeck, und Kopi Imago Images 24.24 von den fünf Profis werden jedoch drei im Endspiel fehlen, Martinez war aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus erst gar nicht mit nach Katar geflogen. Nach Informationen von Sky ist auch Müller am Mittwoch nach dem Training positiv getestet. Boateng war kurz zuvor aus privaten Gründen vorzeitig nach Deutschland zurückgekehrt. Lewandowski will mit FC Bayern bei der Klub-WM-Fußballgeschichte schreiben nach Meisterschaft, Pokal-Sieg, Champions-League-Erfolg und zwei Supercup-Titeln will Weltfußballer Robert Lewandowski. Wenn du weißt, dass nur eine Mannschaft sechs Titel geschafft hat, ist dir bewusst, dass du Fußballgeschichte schreiben kannst. Das ist eine Herausforderung für uns, sagte der Pole, der beim letzten Klub-WM-Triumph des FCB noch für den BVB-Auf-Tore-TM-Quiz. Teste dein Wissen über die FIFA-Klub-WM und den Weltpokal hier zum Quiz über die FIFA-Klub-WM und den Weltpokal. Teste dein Wissen über die FIFA-Klub-WM und den Weltpokal hier zum Quiz über die FIFA-Klub-WM und den Weltpokal. Teste dein Wissen über die FIFA-Klub-WM und den Weltpokal. Teste dein Wissen über die FIFA-Klub-WM und den Weltpokal. Bis zum nächsten Mal.